ja leute heute tauschen wir das frontlicht aus es ist verboten bei nacht ohne licht auf der straße zu fahren es ist aber auch gefährlich zum beispiel bei schlechten sichtverhältnissen da man von anderen verkehrsteilnehmern nur sehr schlecht wahrgenommen werden kann ohne licht als erstes frontabdeckung entfernen wir benötigen zugang zu den kabeln jetzt sämtliche kabel die mit dem licht verbunden sind abstecken nun frontlicht abmontieren danach das neue licht montieren und die lichter kabel wieder anstecken kurzer test funktioniert abdeckung wieder montieren schrauben anziehen fertig fertig Bis zum nächsten Mal.